was machen wir heute schön ist also das soja fällt wollte ich im auge behalten und ich merke gerade während der zeitraffer lief wurden die felder bestellt aber ich sie immer noch ein zwei lücken ja das werden wir ein bisschen länger im auge behalten müssen das bringt jetzt nicht wenn ich alle fünf minuten drauf guckt wie ihr sehen könnt im zeitraffer mauern gebaut primär hier unten das sieht langsam richtig raumartig aus wobei ich mir jetzt langsam auch gedanken machen sollte wie ich dass meine beleuchtung handhaben will weil das mit den fackeln sieht einfach nur doof aus hier springen zollen durch die gegend das hier war übrigens auch eine doofe idee mit den kabeln das wurde auch schon kommentaren erwähnt dass ich doch vielleicht lieber unten oder oben machen sollte zumal hier tok tok hinter der wand in der oberen zwischen ebene ja schon kabel verlegt sind also wozu jeder damit sie noch mal ich muss dann später das ganze ich muss ich muss mir dann später wenn die räume alle stehen noch mal eine ordentliche verkabelung überlegen und ich denke die verkabelung werde ich dann noch mal im zeitraffer machen das heißt ich werde dann alle kabel rausreißen sobald alle zwischenräume stehen und alles komplett einmal außenrum einheitlich symmetrisch verkabeln damit der würfel auch würfel bleibt so bin ja bin habe ich also richtig lust zu bräuchten wir noch ordentlich platz für aber das mit den samen ist ein bisschen doof von hier aus können ich komme ich will zieht heute da ich dachte wir hatten super gewesen sieht heute haben wir inzwischen was zur hölle 58 buckets ok ich brauche ich brauche ein tank und zwar oben block tank kann ich nämlich mitnehmen ohne warte mal die portablen tank sind besser ok also ich will jetzt ganz 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 viel sammöhe haben denn will ich ein opel haben und ich brauche für diese möchte gerne bienenkörbe wie hießen möchte gerne bienenkörbe wie google ich möchte gerne bienenkörbe das waren string und hey bae so er er macht man es war mal ein stack davon ok macht zwei stext davon aber weniger toastbrot ist ok du da du war das nicht irgendwie so ok ich gucke einfach nach hey ne nach bail nein ok hey hey da hey hey b genau ein zig mesh ok warum einfach wenn es kompliziert geht so davon brauche ich jetzt aber keine 64 stück erreichen wohl 6 6 artificial hive sehr schön dann hätte ich gern diesen portablen tank der ist allerdings schon mit lava gefüllt das heißt warum dank genauso und ich hätte gern einen besseren davon um nicht sozusagen den besten dafür brauchen wir den davor und dafür brauchen wir den davor und dafür brauchen wir den davor und dafür brauchen wir den davor gut machen wir das doch einfach mal du 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 reinforced was ist das hardenglas da stellen wir doch alle nase lang her okay haben wir noch pulverized obsidian ja doch dezent vorhanden und blei kommt mit und mache mal ein stack davon auf so Ja, Lagerproblem. Also ich kümmere mich jetzt ganz kurz um das Glas, bau dann den Tank, damit wir bestimmt mit den Bienen rumdümpeln können. Und in der Zwischenzeit kriegen wir hoffentlich genug Ressourcen, dass ich noch ein paar 16k Chips bauen kann. Das wäre echt schick. So, du da rein, du da rein. Und da müsste jetzt hart ein Glas rauskommen. Oh, hier muss noch ein Loch rein in die Wand. Das habe ich ganz vergessen. So, hier ist Mitte. Stimmt, da war ein dezentes Problem. Und hier tropft es schon runter. Trotzdem haue ich jemanden ein Loch in die Wand. Einfach nur als Erinnerung, dass da noch was gemacht werden muss. Peinlich, peinlich. Aber gut. Toast. Noch eine Sache, die demnächst ansteht, ist echt der Reaktor. Und der Crafting-Computer. Oh, die erste Inder-Lallye ist fertig. Wie viel kommen da eigentlich raus? Ein. Boah, weg damit. Das ist echt übel. Also wenn man keine andere Wahl hat und sehr viel Zeit, mögen sie eine schöne Alternative sein. Oder man benutzt Magie und benutzt diese Lamp of Grows oder ähnliche Sachen. Aber im Vanille, also im Naturzustand die Dinge einfach so wachsen zu lassen ohne Endstone ist tödlich. Wobei Endstone auch nicht so schwer herzustellen ist. Ich habe das mir ja absichtlich anscheinend hier schwieriger gemacht, als es hätte sein müssen. Aber gut. Den Platz annektieren wir wieder. Und hier kommt dann Crafting-Computer oder Reaktor hin. Wir könnten theoretisch kompakterweise beides übereinander bauen, aber das finde ich ein wenig komisch. Und auch ziemlich unsicher. So ein Atomreaktor direkt neben dem Crafting-Computer zu haben. Naja, eigentlich ist es ziemlich unsicher. Ein Atomreaktor überhaupt irgendwo in jedes Würfel zu haben, oder? Gut. Das Glas wird schon wieder rausgepumpt hier, oder? Ne. Okay. Oh. Das ganze Obsidian ist weg. Obsidian. Gib. So. Also brauche ich jetzt für den Tank nicht noch mehr Glas. Aber ich hätte davon gerne ein bisschen was vorrätig. So. Also du, 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 du. Da. Machst jetzt ein Reinforced. Und jetzt hätten wir gerne Resonant. Das blaue Zeug, davon haben wir erstmal eine Menge. So. Und das gute Stück dürfte jetzt sehr viel Flüssigkeit halten können. Kann ich das hier direkt auffüllen? Gucken wir mal. Nö. Leider nicht. Äh. Das ist ein Glitch. Das ist ein Problem. Das heißt, wir brauchen einen Fluid-Exporter, der das für uns macht. Weil ich keine Lust habe, 64 mal Buckets hin und her zu klicken. Fluid-Exporter. Dann brauchen wir aber ein Bucket für die Flüssigkeit selber. Da. Zum Probieren quasi. Und das geht mit Seed Oil nicht. Dann brauche ich eine Can. Seed Oil Can. Damit geht das hoffentlich auch. Und dann... ...tue ich dich da hin. Dich da oben drauf. Oh, dann muss ich jetzt wieder die Kabel so... ...open blocks... ...blablabla... ...du exportier bitte Seed. Schneller. So. Oh. Ach stimmt, es waren nur 58... ... äh, 58 Buckets. Du weg. So. Wie kriegen... Ich brauche mehr Cans. Can. Da, 17 Stück sollten vorerst reichen. Okay. Nicht hier hoch. Hier hoch. Und jetzt müssen wir genau gucken, in welchem Biom wir sind. Wir bräuchten mehr Platz. Weil hier zum Beispiel wären... ...ne River-Biom müssten Blumen sein. Es müsste hier theoretisch gehen. Aber... ...ich hätte gerne wirklich mehr Platz. Wo machen wir das mal am besten? Hm. Über den Generatoren. Das wäre schön mollig warm. Aber warum nicht? Der Plastik wird momentan für nichts anderes benutzt. Eventuell hätte ich eine Farm hingekonnt. Aber muss nicht sein. Eins... Also, warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ein weiter. Da. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Jo. Ähm... Nimm, 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 nimm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay. Du bist da schon mal mittig. Und hier dann dementsprechend auch mittig. Das heißt... ...da... ...muss später auch eine Brücke hin. Und da hinten dann auch noch. Hier. Hier. Okay, schön. Gerade dividieren. Gerade dividieren. Du weg. Du weg. Du weg. Okay. Äh... Das heißt, die beiden kommen weg. Dann kommt Dirt hier rum. So ähnlich, als wenn es ein Feld wäre. Also wie da hinten. Dann haben wir hier drei Felder mit irgendwelchen Samengeschichten. Also Sonnenblumen, Soja und irgendwas anderes. Keine Ahnung was. Da hinten haben wir die Bäume. Und hier haben wir Bienen. Das ist richtig schon eine Bio-Ebene hier oben. Also abgesehen von dem Turm, der einfach nur grausig aussieht. Ja, grausig. Definitiv. Und das Neta-Portal, da sieht auch ein bisschen viel am Platz aus. Wurde in den Kommentaren auch schon vorgeschlagen, dass wir es eventuell in den Keller verlegen sollten. Und da bin ich definitiv für. Also bei Zeiten wird der Turm komplett abgerissen und wir werden irgendwo im tiefsten Keller, also in einer der Ebenen, die hier noch drunter kommen, ne? Hier drunter kommt ja noch eine ganz ebene Reihe, also nochmal neun Plattformen. Da machen wir eine Plattform zu einem natürlichen Spawn-Gebiet, um Zombie-Sub-Schutz zu bekommen. Und eine Plattform zu einem Autospawn-Bereich, wo denn die Viecher gespawned werden, die wir gerne hätten. So wie wir das hier vorher mit den Endermen gemacht haben. Ja, und dann ist das Ding hier auch weg und wir können wirklich einen Würfel bauen und nicht einen Würfel mit einem komischen Verunkel oben drauf. Das, äh, ja. Gut, also auch noch zwei Langzeitprojekte hier. Das weg. Das ist nicht wirklich ein Langzeitprojekt, aber es wird irgendwann mal gemacht. Gut, so, wie sieht es hier jetzt aus? Ich sehe ein komplettes Soilfield. Also abgesehen von dem Feld, aber das wurde gerade eben abgebaut. Das heißt, es hat sich hoffentlich eingependelt. Ich gucke mal unten. Bitte, dass wenigstens ein Samen da drin vorrätig sein. Ja, okay, das reicht mir schon fast. Es ist zwar nicht so viel, was dabei rumkommt. Ich sollte eventuell mir mal Pflanzen angucken, die da ein bisschen erträglicher sind. Aber es ist ein Anfang. Ja, und jetzt sammelt sich hoffentlich sowohl das Zeug hier, was war das? Genau, diese Sonnenblumensamen als auch die Sojasamen sammeln sich mit der Zeit. Je mehr Zeit vergeht, desto besser. Und dann kriegen wir nach und nach wieder unser Seed Oil, um mit den Bienen rumzuspielen. Schön, schön. Jetzt hätte ich gerne aber Dirt. Da, ein Stack Dirt reicht vollkommen. Damit setzen wir dann diese Mini-Fläche hier. Ja, habe ich auch noch, ja gut, da. Drei Abstand war das immer. Okay. Eins, zwei, drei. Hier sind es auch drei. Ja, alles gut. Also alles dazwischen muss gefüllt werden mit Dirt. Und ich kann es nicht mit dem Zauberstab machen, weil das hier anderer Dirt ist. Ne, 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 ne. Gleich kann ich es füllen. Äh. Ach so, hier auch drei, ne? Ähm. Ich habe keine drei Planken mehr. Ich hole mir Planken. So, gib mir Holz für ein Stack. Was ist da? Gib mir ein Stack Slabs. Oh, warte mal. Wie haben wir es eigentlich bei den Brücken hier geregelt? Wir hatten ja überall hier angefangen, außen die Slabs wegzuhauen. Damit das ein bisschen ordentlicher aussieht. Aber bei den Brücken haben wir es gelassen, ne? Warum? Äh. Ja, weil das hier eh weggehauen wird, ne? Also es ist ja nicht so, dass die Gänge zwischen den Plattformen hier so eine Art Türen hätten. Also sowas hier. Ding, 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 ding. Das sind hier nicht wirklich abgeschlossene Bereiche. Das heißt, man sieht oben das Ding da gar nicht. Ah, ist okay. Wobei das auch ein bisschen was hätte, aber es muss schön hoch sein. Ich habe eh das Gefühl, dass die Räume ein wenig zu gedrungen wirken. Also guck mal, das wirkt nicht sehr episch. Das wirkt ein bisschen zwergisch und gemütlich, aber episch? Hm, hm. Ah, gut. Ach so, euch kann ich mal... Nee, dich nehme ich nicht mit. Dich nehme ich mit. So. Warte mal, ich nehme, glaube ich, noch ein paar davon mit. Haben wir noch welche vorrätig? Oh, ja. Gib her. So. Jetzt sind wir vorbereitet für Bienen. Oh, Tonk. Also für Bienen und Plattform. So. Ich will das nur einmal kurz außenrum andeuten. Das ist doch auch nicht so schön. So. Wichtig ist eigentlich nur da im Süden, dass ich weiß, wo der Dreierabstand ist. Ding, 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 ding. Genau das hier ist schon der Anfang der Brücke. Dann eins. Zwei. Drei. Okay. Das heißt, bis hier kann Dirt. Du, da, du, da. Stack mit dem. Geh da hin. Geh weg. So. Nö. Okay. Den, ähm, den lasse ich erstmal da stehen. Weil ich habe die Angewohnheit, sobald ich irgendein Anzeichen dafür, wo die Mitte ist, weghau, ich sofort keinerlei Orientierung mehr habe, wo die Mitte ist und dann ist es vorbei. Also dahin, dahin und bis zu, was? Achso, ich stand wohl im Weg, hä? Nein. Diamantenschaufel? Nein. Ach ja, der arme Bilder-Sponch. Hat sich bestimmt auch einen etwas, ähm, bedachteren Benutzer ausgesucht normalerweise. Du, da, du, da. Na, komm schon, du musst nur noch eine reinlegen. Und es fehlen zwei Stück Dirt. Egal, es reicht auf jeden Fall für Bienen. Was für ein Biom haben wir hier? Wir haben Wüste. Da bräuchten wir den Kaktus. Wir haben Magical Forest. Oh, da weiß ich gar nicht, was für eine Blume wir brauchen. Das könnte interessant werden. Und hier ist überall Magical Forest. Und hier ist River. River müssten ganz normale Blumen sein. Das ist schön. Und, ähm, so im Nachhinein betrachtet, ich hätte erst mal gucken sollen, was für ein Biom da ist, ne? Den Fehler habe ich schon ein, zwei Mal gemacht. Aber ich lerne wohl nicht so schnell dazu. Aber es ist diesmal wenigstens gut gegangen. Nicht so eine komische Verarsch-Plattform, wie wir schon mal hatten. Das heißt, ich schnapp mir jetzt die Blume hier. Das war nämlich irgendwie problematisch, Blumen zu bekommen. Das weiß ich noch, was ein bisschen albern war. Aber es gibt halt so viele neue Pflanzen und Samen in dem Mod-Paket, dass die Chance, stinknormale Blumen zu bekommen, recht gering ist. Also beim Gras-Zerklopfen. So, du kommst mit, du kommst mit, du kommst mit, du kommst mit. So, du kommst mit, du kommst mit.